Das Hotel Jelovica liegt in BLED in Slowenien. Das Hotel Jelovica ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. 18 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 18 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,4 von 6 Sonnen vergeben. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Zimmer. Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,8 von 6 Sonnen. Service. 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,7 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,1 von 6 Sonnen wert. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.